Musik Wir Zisterzienser befolgen die Regel des heiligen Benedikt. Und an zwei Stellen sagt diese Regel, wir sollen der Liebe zu Christus nichts vorziehen. Christus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Wir feiern jetzt Advent vor Weihnachten und dieses Verb advenire, Advent ist ja die Ankunft Christi, dieses Wort advenire wird in der Regel nur zweimal verwendet und dort aber negativ. Die schlechten Gedanken, die bei uns ankommen, so sagt der heilige Benedikt, die sollen wir unserem oberen Beichten, den geistlichen Vätern und an Jesus Christus unschädlich machen. In die Gnade Jesu Christi eintauchen. Adveni und böse Gedanken kommen. Wie schaut es bei uns aus? Was kommt bei uns an? Jetzt in diesen Tagen der Vorbereitung. Sind es menschliche Dinge, allzu menschliche Dinge? Was steht bei uns im Mittelpunkt? Ist es Christus, der im Mittelpunkt steht? Oder sind es tausend andere Dinge in diesen Weihnachtsvorbereitungen, Lichterketten, Weihnachtsgans? Oder ist das Christkind in der Krippe im Mittelpunkt? Die Regel sagt uns auch, dass das Ganze etwas konkreter wird und leichter zu fassen. Wir können Jesus Christus begegnen in den Mitmenschen. In den Kranken und in den Gästen, so sagt der heilige Benedikt, begegnen wir Christus selber. Versuchen wir das in diesen Tagen des Advents und überhaupt in unserem Leben. Uns öffnen in Solidarität und Nächstenliebe für unsere Mitmenschen und so für Jesus Christus offen sein und ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen.